Moin meine lieben Filmfreunde, es wird mal wieder Zeit für eine spoilerfreie Kritik und zwar zum Film Tick Tick Boom mit Andrew Garfield. Ihr erfahrt in diesem Video, worum geht's, was erwartet euch und wie finde ich ihn persönlich. Das ist natürlich wie gesagt spoilerfrei, damit ihr danach entscheiden könnt, ob ihr mal reinschaut. Mein Name ist Rant, das hier ist Filmflash und wenn ihr keine News, Tipps, Neustarts und Reviews mehr aus der Filmwelt verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Und jetzt fangen wir an. Tick Tick Boom, so heißt ein neuer Film, der bereits seit dem 11. November in einigen deutschen Kinos zu sehen ist. Da es sich hierbei aber um einen Netflix Original Film handelt, wird er ab dem 19. November auch bei Netflix zu sehen sein. Tick Tick Boom ist ein Musicalfilm und zwar von Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda, ist das nicht eigentlich ein Schauspieler? Ja, eigentlich ist er sogar ein großer Broadway-Star, ein Musical-Star, der in den letzten Jahren vermehrt auch vor die Kamera getreten ist. Zum Beispiel im neuen Mary Poppins-Film oder auch in The Heights hat er eine Nebenrolle oder aber auch in der Serie His Dark Materials. Da singt er gar nicht, da spielt er nur, da ist er auch dabei. Und mit Tick Tick Boom feiert er sein Regie-Debüt. Auf einem Drehbuch von Steven Levinson, welches in Hollywood heiß gehandelt wurde und Netflix letztendlich die meiste Kohle gezahlt hat. Tick Tick Boom ist ein Musical, was uns das Leben von Jonathan Larson erzählt. Dieser wird im Film von Andrew Garfield gespielt und war im wahren Leben ein Musical-Komponist. Und im Film Tick Tick Boom wird uns im Grunde eigentlich sein Leben gezeigt. Tick Tick Boom basiert dabei auf dem gleichnamigen Ein-Personen-Musical von Jonathan Larson, wo er letztendlich musikalisch, aber auch erzählerisch von seinem eigenen Leben erzählt. Und daher ist Tick Tick Boom das Musical zum einen die Erzählung seines Lebens, zum anderen die Erzählung des Musicals Tick Tick Boom, aber wiederum auch zum anderen der Weg von Jonathan Larson zu seinem größten Hit, nämlich dem Erfolgs-Musical Rant. Jonathan Larson ist der Musical-Komponist, der Schreiber hinter dem Musical Rant. Und deshalb ist Tick Tick Boom, der Film, der Musical-Film, ein Biopic auch. Es ist eine Geschichte über Jonathan Larson, der wirklich existierte. Und wir dürfen dabei zusehen, wie denn sein kreatives Leben so aussah, jedenfalls laut seinen eigenen Erzählungen. Lin-Manuel Miranda feiert hier also sein Regiedebüt und legt ein Musical hin, was natürlich zu ihm passt. Und dennoch ist das hier kein typisches Musical, denn ihr bekommt mit Tick Tick Boom eine Tragödie. Ihr bekommt ein Musical-Drama, was zum einen richtig schöne Songs hat, zum anderen aber auch wirklich mal so ein bisschen tief in das Leben eines Künstlers hineinblicken lässt. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört, vielleicht aber auch nicht. Künstler sind oft in Sinneskrisen. Die Achterbahnfahrten sind schon ziemlich steil nach unten meistens. Und natürlich sucht man sich das so ein bisschen aus. Aber in diesem Film wird wirklich eindrucksvoll gezeigt, wie hart eigentlich das Leben als armer Künstler ist, wenn man denn an seinen Traum glaubt. Dieser Film zeigt die Tragödie eines Künstlers, wie er alles dafür tat, um irgendwie durchzuhalten. Wie er versucht, seine Visionen ja irgendwie auf die Bühne zu bringen, um Menschen zu begeistern. Und dabei ist es gar nicht so einfach, die Menschen davon zu überzeugen, was man denn für ein Talent hat, auch wenn es seine Freunde um ihn herum ja taten. Er selbst hat immer wieder Selbstzweifel gehabt. Und wir springen im Film zwischen seiner verrückten Art und Weise und aber auch der Realität, dem harten Leben in dieser Kunstbranche, in dieser Kreativbranche. Also es ist kein Mamma Mia, sondern es ist eher wirklich ein tragischer Film mit musikalischen Elementen, wo der Protagonist eben auch mal ein bisschen singt. Und dieser Protagonist wird durch Andrew Garfield gespielt. Andrew Garfield singt in diesem Film. Und das hat er vorher so noch gar nicht getan. Lin-Manuel Miranda war allerdings von seinem schauspielerischen Können so angetan, dass er sagte, dich möchte ich haben. Und dann konnte der Typ halt auch noch singen. Andrew Garfield liefert in diesem Film einfach eine schauspielerische Bandbreite ab. Das ist unglaublich. Er schafft es, die emotionalen Momente richtig wirken zu lassen. Aber auch diese Craziness, dieses Verzweifelte, all das schafft er hier in die Person Jonathan Larson hineinzubringen. Und dabei teilweise auch wirklich nur mit seiner Mimik. Und das ist wirklich schön anzusehen. Das passt zu diesem Film. Und dieser Film schafft es auch einfach wirklich Emotionen zu wecken, auch wenn er ziemlich crazy anfängt. Denn diese ganze Erzählung ist ziemlich verwirrt in diesem Film. Also wir verfolgen fokussiert Jonathan Larson. Alle Personen um ihn herum sind wirklich nur Weggefährten, denen wir wie, als würden wir einer Straße entlangfahren, ab und zu mal begegnen. Wir erfahren nicht viel über sie. In diesem Film ist der Fokus auf ihn. Und das macht eine ganz andere Stimmung auch noch mal aus, als würde man uns jetzt jeden einzelnen anderen Charakter auch noch mal genauer vorstellen. Nein, in diesem Film versucht man wirklich, die Geschichte aus Jonathan Larsons Sicht zu erzählen. Wie war das bei ihm? Wie hat er das wahrgenommen? Basierend auf dem, was er selbst in seinem Musical Tick-Tick-Boom auch präsentiert hat. Und das ist echt speziell, aber wirklich gut umgesetzt. Vor allem am Anfang hat man vielleicht dadurch ein paar Schwierigkeiten reinzukommen, aber zum Ende hin wird es wirklich immer, immer besser. Und dann merkt man auch wirklich immer mehr, wie sehr Drama da eigentlich drinsteckt. Ihr merkt schon, ich bin begeistert von Tick-Tick-Boom. Auch wenn ich persönlich sagen muss, der Film hat ein, zwei Dinge, wo ich gedacht habe, naja, das hätte man schon ein bisschen anders angehen können. Und ich glaube auch, dass es nicht jeden interessiert. Man muss natürlich eh Musical-affin sein, aber man muss sich auch auf so einen Film einlassen, über einen Mann, den man vielleicht noch nie so in seine Welt hineingelassen hat. Ich meine, Jonathan Larson, ich glaube nicht, dass den allzu viele Leute kennen. Sein Musical-Rant, sein großes, seinen großen Hit, den er selber nie erlebt hat am Broadway, den haben wahrscheinlich mehr mitbekommen. Aber auch dieses Stück ist ja mittlerweile bei einigen doch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dennoch muss ich sagen, hier schafft man es einfach, diesen Zauber zu entdecken, diesen Mann zu entdecken und dadurch vielleicht auch nochmal zu überlegen, ob man sich das Musical-Rant anschaut. Für mich lohnenswert und ein wirklich guter Netflix-Film im Genre-Musical. Von mir gibt es, weil man eben hier nicht nur auf dieses übertriebene Musical gesetzt hat. Wirklich vier von fünf Sternen. Es ist eine tolle Geschichte, die erzählt wird mit einem herausragenden Andrew Garfield. Wenn ihr ihn euch anschauen wollt, ab dem 19., also wahrscheinlich ab heute, je nachdem, wann ich das Video raushau, bei Netflix. Wenn ihr ihn euch angeschaut habt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie findet ihr denn? Tick, tick, boom. Mein Name ist Ren und das war's mit meiner Kritik. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.